Hallo und herzlich willkommen zum Mental-Yoga. Mein Name ist Robert Glaser und ich zeige dir heute eine Übung, die nennt sich Stretch-Pose. Bei der Stretch-Pose aktivierst du sehr stark die Körperspannung, also du trainierst deine Körperspannung und du aktivierst dein drittes Chakra. Dein drittes Chakra ist das Nabelschakra oder Solaplexuschakra und es ist zuständig für dein Durchhaltevermögen, dein Durchsetzungsvermögen. Es ist die innere Power, die du zur Verfügung hast, deine Willenskraft und im Gegensatz ist auch der Sitz der Gefühle hier, deine Sensibilität, die im Sport sehr wichtig ist. Diese Übung kannst du jeden Tag machen, wenn du möchtest. Am Anfang fang so mit zwei Minuten etwa an und dann steigere dich auf drei Minuten bis vier Minuten. Wenn du gut bist, dann schaffst du auch fünf Minuten, aber da musst du schon sehr fortgeschritten sein. Aber zwei Minuten ist sozusagen das Minimum für einen Sportler. Und zwar leg dich auf den Rücken. Du streckst deine Beine aus und am Anfang stellst du die Beine auf. Wichtig ist, dass du den unteren Bereich vom Rücken Richtung Boden drückst. Das heißt, du spannst deinen Beckenboden an. Wir sagen dazu Mullband ziehen und dann kippst du dein Becken ganz leicht hoch, sodass der untere Bereich vom Rücken Richtung Boden gedrückt wird. Und diese Spannung versuchst du jetzt zu halten und dann kommst du mit dem Oberkörper hoch, streckst die Arme nach vorne, Handflächen schauen zueinander und du drückst dein Kinn auf dein Brustbein. Dann gibst du die Füße zusammen, zehn Strecken, Knie zusammen, hebst die Beine zehn Zentimeter über den Boden, bleibst in dieser Position und machst vorher Atem. Okay? Du kannst jetzt mit mir mitmachen, zwei Minuten lang. Spann deinen Beckenboden an, drück deinen unteren Bereich vom Bauch oder vom Rücken Richtung Boden, halte diese Spannung, komm den Oberkörper hoch, drück dein Kinn aufs Brustbein, Handflächen schauen zueinander, zehn Strecken, Knie durchdrücken, baue eine Spannung auf in deinen Beinen, heb die Beine zehn Zentimeter über den Boden, schließ deine Augen, fokus im dritten Auge, atme tief ein und beim Ausatmen beginn mit Feueratmen. Ok? Untertitelung des ZDF, 2020 Versuch die Spannung zu halten, schau dass du nicht ins Hohlkreuz kommst und bleib mit dem Kopf vorne, das ist ganz wichtig und halte noch durch Noch 20 Sekunden Atme tief ein Halte den Atem Atme aus, lass langsam los Leg dich hin, entspanne deine Arme Atme langsam und tief in den Bauch hinein Versuch deine Atmung wieder zu beruhigen Mach lange, tiefe Atemzüge in den Bauch hinein und versuch die Atemzüge immer größer werden zu lassen Und dann nimm ein Knie zur Brust Schaukele dich hoch Und setz dich hin Also siehst, relativ einfache Übung Aber hat eine extrem starke Wirkung Feueratem ist erklärt in meinem Intro Video Falls du das noch nicht gesehen hast, schau dir das vorher an Und dann weißt du, wie der Feueratem funktioniert Viel Spaß damit Und versuch dich langsam zu steigern Woche für Woche immer ein bisschen mehr So dass du gleich einmal bei drei Minuten bist Und später dann vier bis fünf Minuten machst Vielen Dank, wenn du jetzt mitmachen Viel Spaß und Sat Nam Und dann fachst du ganz einfach Und dann schau dir jetzt mitmachen und dann fachst du ganz zusammen Und dann fachst du ganz klar Und dann fachst du ganz einfach